und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemmer stein bars heute mal wieder mit einer kleinen haul denn ich habe beim modbricks ein paar sets gekauft dann habe ich beim lieben johnny's world torsten ein paar sets gekauft als er gerade im stein gemacht ist seinen cumin discount hatte und ich habe noch ein kleines set auf amazon bestellt da habe ich gedacht ich zeige euch einfach mal wieder die ausbeute was ihr in nächster zeit auf diesem kanal so erwarten könnt fangen wir einfach mal mit dem modbricks shop paket an in dem paket von modbricks haben wir einmal von french die fc 1601 aus der racing club serie ein speed champions ähnliches fahrzeug was natürlich eine art bugatti darstellen soll dieses set kostet dort sechs euro 67 und da bin ich wirklich gespannt was man für diesen doch sehr moderaten preis hier bekommt dann geht es auch direkt weiter mit einem set das preislich wirklich richtig gut ist meiner meinung nach wenn am ende die qualität stimmt und zwar von mold king haben wir die nummer cyan 27003 333 teile und aus dieser reihe wo auch schon die vitrine mit dabei ist und das ganze für den preis von 12 euro wo selbst die vitrine allein schon ein deal wäre und hier ist aber auch noch das fahrzeug dabei auch auf dieses set freue ich mich sehr weiter geht es mit einem produkt das wahrscheinlich nicht als super schnäppchen punkten wird aber hoffentlich mit seiner qualität und zwar haben wir von kobe aus der world war 2 serie die 2534 den panzer 1 ausführung a massstab 1 zu 26 330 teile und eine figur ist dabei bei modbricks habe ich das ganze für 22 euro und 8 cent bekommen weiter geht es dann wieder im militärbereich und ebenfalls aus einer world war 2 serie und zwar von sluban der army world war 2 die m38 b 09 77 338 teile hat dieses set und ist von sluban das messerschmitt me 262 kampfflugzeug wir haben ja auch schon das ein oder andere set und auch schon flugzeuge von sluban gesehen und das schauen wir uns natürlich auch wieder zusammen an gekostet hat mich die messerschmitt 12 euro und 70 cent und zu guter letzt haben wir in dem modbricks paket auch noch ein weiteres sluban set aus der model bricks reihe die m38 b 09 55 226 teile hat das ganze ist natürlich stark an einen ferrari angelehnt auch wieder ein speed champions ähnliches fahrzeug davon haben wir uns ja schon einige angeschaut aber eben noch keins von sluban deshalb habe ich gedacht schauen wir uns dieses fahrzeug hier auf jeden fall zusammen einmal an und für dieses sluban red supercar habe ich 9,35 euro auf modbricks bezahlt ich würde sagen da waren schon ein paar ganz interessante deals dabei aber wie gesagt habe ich auch noch im stein gemachtes shop aber wie gesagt habe ich auch noch im stein gemachtes shop bestellt und auch dieses paket schauen wir uns jetzt zusammen an und aus dem stein gemachtes shop habe ich erst mal zwei sachen gekauft die nichts mit human zu tun haben und zwar von kitty craft eine basisbauplatte 32 x 32 noppen in grau ich denke das braucht man sowieso immer einmal dasselbe gilt für diese stapelbare bauplatte ebenfalls von kitty craft 16 x 32 noppen und wie gesagt stapelbare bauplatte das heißt man kann sie weiter verbauen und der grund für die bestellung war ja der human discount sehr viele interessante sets hatte er aber meiner meinung nach nicht mehr unbedingt der shop war auch eine zeit lang sehr schwer erreichbar nachdem das video hoch kam aber trotzdem habe ich bei sets zugeschlagen und zwar einmal von human aus der main city reihe die w 4202 wir haben drei minifiguren dabei die bubble heads 450 teile in diesem set und eben zwei rennwagen mit so einer art zieleinlauf ihr wisst ich stehe auf autos und da ist sowas als kleines spielset finde ich richtig richtig cool das schauen wir uns zusammen an und thematisch zu den autos passend aber trotzdem aus einer anderen reihe habe ich noch die human w1929 441 teile vier minifiguren von den figuren vielleicht ganz leicht an eine bestimmte serie angelehnt und das ganze ist aus der police battleforce serie wir haben hier so eine art fahrzeugtransporter haben ein polizeifahrzeug und damit können denke ich auch ein paar spannende spiel szenen zustande kommen und ich habe mich schon gewundert dass da doch noch ein paar sachen bei dem stein gemachtes paket fehlen und habe schon an mir selber gezweifelt aber es hat wirklich etwas gefehlt bzw die lieferung wurde auf zwei pakete aufgeteilt und ich habe das gar nicht mitbekommen deshalb habe ich noch drei weitere sets die ich euch zeigen kann und etwas was in der zwischenzeit angekommen ist was mir noch viel viel mehr bedeutet als diese gekauften sets denn traveler bekannt als ein sehr aktives mitglied der klemmbaustein community hat mir auch ein paket zukommen lassen und da bin ich schon super gespannt drauf denn ich habe keine ahnung was sich darin befindet das beste kommt aber zum schluss deshalb schauen wir uns noch die drei anderen sets an und zwar haben wir noch von keyplay ein haus aus der city corner reihe gekreuzt mit einer cocktail bar und einer musikbar das set fand ich irgendwie im wahrsten sinne zuckersüß und wollte es mir deshalb auch anschauen neben diesem keyplay set mit der nummer k28005 kam in dem zweiten paket aber auch noch ein wange set und zwar ist das von wange aus der architecture reihe die kleine brauerei 187 teile auch ein wirklich kleines spannendes set auf das ich mich sehr freue die set nummer 2319 schauen wir uns auch zusammen an und wir waren gerade beim thema zuckersüß und als das johnny vorgestellt hat konnte ich nicht widerstehen und musste bestellen und zwar haben wir von inbricks ein set aus der teddy bear collection reihe finde ich richtig richtig cool den teddy bear den die meisten von uns hatten hier in klember stein zu verewigen und ich habe mich für die renn variante entschieden ihr wisst ich baue sehr gerne autos bin auch formel 1 fan und dieses set ist ja so ein wenig in diese richtung angelehnt und deshalb musste ich das unbedingt haben habe dazu geschlagen die set nummer 881001 und auf dieses set freue ich mich schon riesig ich finde allein die anspielungen auf der packung schon klasse dass wir einfach das teddy racing team haben mit einem symbol das natürlich einer sehr bekannten tankstellen marke sehr ähnelt aber eben abgeändert wurde auf ein teddy bear ich finde das irgendwie weltklasse und freue mich schon sehr darauf und dieses kleine set von amazon ist echt auch auf amazon schon sehr oft verkauft worden und vor allen dingen im laden vom lieben helden ein renner produkt wofür der held auch selbst mit verantwortlich ist und deshalb habe ich gedacht ich muss mir das ganze mal zulegen ich hätte es gern beim helden gekauft aber deshalb nach frankfurt fahren lohnt sich für mich leider überhaupt nicht deshalb ist es das auf amazon geworden dort habe ich sogar noch einen rabatt bekommen obwohl ich dieses set auch ohne rabatt gekauft hätte ich denke ihr wisst schon um was es geht wir haben von lego die 311 40 das creator 3 in 1 set mit dem regenbogen einhorn und weil dieser name vielleicht etwas zu sperrig ist nennen wir es einfach hornli das liebe einhorn das sich öfters mal in lego sets übergibt und das musste ich mir jetzt auf jeden fall mal anschauen und deshalb habe ich mir das ganze zugelegt und jetzt kommen wir zu dem meiner meinung nach highlight dieses videos und zwar vom traveler paket ich habe das ganze noch nicht gesehen ich mache es jetzt live für euch auf und ihr seht live was ich dazu denke die siegel sind gebrochen und ich sehe da schon was durchglitzern ich bin ja mega mega gespannt machen wir das ganze mal auf und allein diesen ersten blick finde ich ja schon weltklasse ich habe das ganze mal zur seite gestellt damit das bild wieder ein wenig schöner wird wir haben hier auf jeden fall aus der tank series von mini klemmbaustein den panzer kv2 set nummer 2066 also ich frage mich immer wie man auf solche ideen kommt so ein set zu entwickeln für das wirklich weltklasse das ist eine richtig lustige idee und wir haben ja noch ein zweites set aus dieser reihe und zwar den panzer 3 set nummer 2063 und hier muss ich sagen hat traveler eine weltklasse auswahl getroffen denn ihr seht das vielleicht hier ist einfach ein kleiner vogel drauf und das passt ja zum kanal wie die faust aufs auge und umso cooler wenn der sogar noch mal in einer detail aufnahme gezeigt wird diese sets werde ich auf jeden fall vorstellen und freue mich jetzt schon riesig darüber vielen vielen dank bevor wir jetzt zu dem rest kommen da noch an dem paket war habe ich noch eine kleine nachricht die traveler geschrieben hat mir wurde gesagt ich darf es gerne vorlesen aber soll es nicht zeigen und da halte ich mich natürlich dran auf jeden fall steht hier lieber valley prick ein großer meilenstein ist erreicht 500 abos mach weiter so und weiterhin viel spaß beim bauen und diesen spaß werde ich auf jeden fall haben mit solchen kleinen lustigen panzersets ich habe die selber noch nicht gesehen kann ehrlich gesagt nicht drüber hinweg das ist ja mal so cool also wie gesagt vielen vielen dank ich habe zu danken ich fühle mich geehrt und das ganze geht auch weiter und zwar haben wir noch aus einer cute birds reihe und diamond blocks so einen kleinen vogel hier wieder dasselbe punkt das passt auf dem kanal wie die faust aufs auge und dann werde ich mir auf jeden fall hier zusammen mit euch anschauen und wir haben aus der altbekannten lubio microbricks reihe auch hier einen kleinen vogel der sogar mit viel fantasie ein wellensittig sein könnte auch darüber freue ich mich sehr und den werden wir uns zusammen mit diesem kleinen vögelchen hier anschauen auch verhungern muss ich tatsächlich nicht denn wir wurden noch ein paar gebäcke eingepackt und zwar drei lebkuchen der lebkuchen südliche elise blutorange und mandel hört sich sehr spannend an dann die kaiser elisen ein lebkuchen der wohl keinen mehl im teig hat und ein elise pflau mit zimtlebkuchen habe ich so auch noch nicht gesehen freue ich mich auch sehr drüber und es ist tatsächlich immer noch nicht vorbei denn es sind auch noch zwei solche kleinen dino eier hier im paket das sind die einzigen zwei sachen von denen ich vorher schon wusste ich wusste nicht genau welche ich bekommen aber dass solche kleinen dino eier mit dabei sein werden bin ich auch sehr gespannt darauf werde ich euch auch zeigen und jetzt kommt noch mal ein lustiger part denn ich versuche euch jetzt diesen dinosaurier namen vorzulesen und zwar haben wir hier den guten ankylosaur und so haben wir den guten ankylosaurus und natürlich wie jeder weiß gehört zu den dinos auch der pterosaurus ja ich denke ihr wisst alle um was es geht ich versuche euch mal ein bild davon mit einzublenden vielleicht könnt ihr euch dann mehr darunter vorstellen also ich kann mich nur noch einmal bedanken für dieses tolle paket ich weiß auch gar nicht was ich anderes dazu sagen soll als danke denn das ist wirklich einfach aufrichtige freude die ich hatte als ich dieses paket aufgepackt hatte ich war super gespannt und meistens ist ja so dass vorfreude die größte freude ist aber traveler hatte mir im vorfeld gesagt man soll die setzen ein bisschen mit einem augenzwinkern sehen und ich finde das muss man nicht mal weil ich finde die sets einfach als auswahl weltklasse und auch wenn es kleinere sets sind hat das einfach eine persönliche note und hat mir den tag mehr versüßt als es jedes zwei drei vier oder 5000 teile set geschafft hätte ich freue mich riesig über dieses paket vielen vielen dank noch einmal ich kann es nicht oft genug sagen also ihr habt jetzt auf jeden fall einen kleinen einblick bekommen was für sets ich selber gekauft habe oder auch welche sets so zu mir gekommen sind ihr könnt wie immer gern in die kommentare schreiben welches set ich mir als erstes davon anschauen soll zu diesen sets stelle ich mir ein gesammeltes video vor so eine art traveler spezial wo wir uns diese ganzen sets auf einmal anschauen da kannst du gerne auch noch mal in die kommentare schreiben ob dir das so gefallen würde traveler oder ob du dir das wünschst dass wir uns das noch mal gesondert irgendwie anschauen wenn euch diese hohe gefallen hat dann lasst mir immer gerne einen daumen nach oben und ein abo da um in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch ein wunder wunderschönen tag haut rein euer valleybrick